Ich... Man hört schon, die Katze, die singt da. Da hinten drin. Ey, das ist so abgefahren. Und hallo und herzlich willkommen. Ich brauch noch mehr von diesem Roten. Zu... In der weiteren Folge von Ghostwire Tokyo. Ich find das so geil. Ja, hier haben wir schon welche zum Verkaufen. Guck mal. So, und hier ist auch was in der Nähe, so weit ich weiß. Erstmal ist hier das Ding. Das werden wir ja wohl finden. Der Minivan, der Minivan, der Minivan soll hier sein. Hier sind auch noch Geister. Die anderen hab ich geseehen. Der kümmern wir uns gleich drum. Bisschen laut. Jetzt geht das wieder nicht. Es geht wieder nicht. Es ist zum Heulen. Hier, ich drücke die rechte Maustaste. Und es liegt nicht an der Maus. Das ist so traurig dann, wenn denn diese Sachen versagen. Wenn man sie nicht drauf verlassen will, ich hab wieder keinen gekriegt. Ich brauch einen Roten. Ah. Essen wir mal einen Happen. Ah, hier gibt's wieder Wasser. Ich hätte gern noch von den Roten. Möge er über uns wachen. Könnt's mir gar brauchen. Ah, wir haben einen gekriegt. Acht können wir aber, soweit ich weiß. Ach, was haben wir denn da? Da haben wir die Minivan. Minivan-Modell. Ein maßgesteuertes Modell eines... Maßgesteuertes. Genau. Maßgesteuert. Maßstabs natürlich. Getreu ist. Oh, gesteuert. Modell eines Minivan. Ich muss mal was tun. Hier, die rechte Maustaste funktioniert ohne Probleme. Und ich drück dann erst, bevor ich auch dieses Symbol sehe. Äh, nie. Nachdem ich dieses Symbol sehe. Oh. Es ist einfach zu warm. Es ist einfach zu warm. So, hier haben wir alles. Hier haben wir das nächste. Wir tasten uns mal vor. Gehen wir mal hier hin. Dann kann ich das schon mal sammeln. Hier sind ja noch viele andere Sachen. Hier ist auch noch alles voll. Und da auch. Da müssen wir dann auch noch hin. Vielleicht sollte ich einfach mal von hier... ...da hinzustoßen. Warum mach ich das? Warum geht auf K nicht das? Ah, da ist sie. So. Ah, kann ich gleich nochmal was trinken? Äh, Entschuldigung. So. Jetzt gucken wir nochmal auf die Mappe. Jetzt machen wir uns hier eine Markierung. Drei Affenfiguren. Von denen einer sich... Ja, das kennen wir ja. Die drei Affenfiguren. Die begegnet man ja ständig. Oder denen. Zwangsläufig. Jeden Tag finde ich so eine Affen. Hier oben sollten keine Geister mehr rumschwirren. Die stehen hier rum, ne? Oh. Was ist das? Das war ja einfach. Hier brauchen wir jetzt auch nichts mehr. Hier haben wir alles. Ja. Fünf Punkte haben wir nur. Das reicht doch nicht. Halt. Oh. Da ist ja noch... Oh, oh, oh. Wir machen... Ja, wo machen wir? Hier ist ja noch so viel. Wir reisen quer über die Karte. Wozu haben wir die Schnellreise? Ich muss das jetzt hier nicht alles ablaufen. Wäre natürlich besser... Wegen dieser da. Hopps. Kommt mit. 43 von 50. Ich sollte mal ein Telefon aufversuchen. Warte mal. M. M. Na, hier ist natürlich keins. Ach, da ist ja auch noch einer. Oh, guckt euch das an und da auch. Dann gehen wir jetzt erstmal auf Jagd von diesen ganzen Sachen. So. Keine Ahnung, warum ich das eben getan habe. Aber hier ist irgendwo ein Tele... Oh. Das sind Freunde. Viele Freunde. Komm schon. Hehehehe. Oh. Nix mit hehehehe. Oh. Wie komme ich denn da ran? Ach, von da kommen sie. Und im Rudel. Herr mit einem Kehren. Hahaha. Wo bist du Frau? 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 Hör auf, dich zu wehren. Sag ich doch. Macht doch keinen Sinn. Da kann man runtergehen. Hier so. Und dann findet man... Dann ist noch ein... Da hinten auch noch. Ey, das ist doch wohl ein Witz hier. Nicht gucken. Nicht gucken. Nicht gucken. Nicht gucken. Danke fürs Nicht gucken. Danke fürs Nicht gucken. So, dann holen wir uns mal noch die Geister dazu. Hier. Das waren alle? Das waren alle? Da hinten? Ja. Ja, ein bisschen weich weg. Ich würde jetzt hier nochmal so tun. Dann werden wir hier aufmachen. Und dann werden wir die erstmal abgeben. Die Hälfte könnte ich schaffen, denke ich mal. Aber dann wird's eng. Man muss ganz schön akribisch suchen, um alle zu finden. Also nach meinem Dafürhalten jetzt. Ich kann mich natürlich auch irren. Es... Guck mal, 92.000. Es... Die Hälfte wäre 120. Hängt natürlich auch ab von der Menge, die man jetzt so... Oh, nicht da hin. Sch have. 22.000. 26.000. Wo denn? Oh, also so ein Quatsch hier. Naja, sie führt mich aber wenigstens zum Schotter. Wenigstens was Gutes. Das war's denn aber auch. Oh, warum schwebst du nicht? Hier ist Futter. Ja, wir haben 15 Punkte. So, da haben wir noch Futter. Kann ich nicht essen. So, hier ist wieder ein Friedhof mitten in der Stadt. Ist das so in Tokio? Ist schon interessant, ne? Den haben wir... Wären die denn golden, wenn man die alle ausgewählt hat? Ja, dann werden die golden. Solange die grün sind, habe ich noch nicht alles ausgetickert. Ich weiß... Guck mal, überall sind so eine Dinge. Da, da habe ich noch nicht alles angenommen. Dann werden wir jetzt hier mal hinreisen. Das macht nämlich Spaß. Das mache ich jetzt erst mal. So, ich beschäftige mich mit Nebensächlichkeiten. Das kann ich gut. Das mache ich immer auch auf Arbeit. Oh, hier kann ich nochmal spenden. Ne, hier kann ich nicht spenden. Kann ich hier spenden? Ich möchte mal was spenden. Ist hier eine Spendenbox? Nein. Mist. Hier kann man so ein Umuyu ziehen. Kitschi, Hürden sind unbewindbar. Konflikte bringen Glück. Ist wohl dein Glückstag. Sieht so aus. Aha. Der Schaden wird halbiert. Eine temporäre Verstärkung. Ach, da ist Kitschi. Toll. Das bringt aber jetzt so richtig Punkte, wenn keine Besucher da sind. Ich dachte, ich hätte da was gesehen. So, und wir sollen hier was finden. Hier kann ich nicht rein. Endlich wieder Regen. Oh, wie wir den gebrauchen können. Ist unglaublich, wie trocken das alles ist. Hallo? Könnt ihr mal ein paar Besucher spawnen? Ha, diese Katzen. Das ist so bescheuert. Das nicht. Kitschi. Ich hab ein Kitschi. Ein Kitschi Katschi. Könnt ich davon... Nein. Da? Da oben vielleicht? Das Kitschi können wir sowieso vergessen. Hol mich mal hoch, Bruder! Ich kommi zu euch. Kitschi? Kitschi? Das heißt ja nicht Kitschi. Das ist ja was anderes. Stimmt ja. Oh, zwölf. Aber das ist hier nirgendwo. Ist ja wieder... Ich bin aber genau da, wo wir hin müssen. Aua. Ich sehe hier Futter. Hier ist Schluss. Ah! Ah! Was ist das denn? Kleine Holzpuppen. Aus Holzgeschnitzepuppen. Sie ähneln Gottheiten, die Wünsche erfüllen und Glück bringen. Cool. Glück können wir gut gebrauchen. Karte! Na, wo haben wir denn? Da haben wir den nächsten. Hier können wir auch eine Schnellreise hinmachen. Ha, 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 ha. Ich werde es noch bereuen. Aber ich habe auch keine Lust, das alles abzulaufen. Auch wenn das Wetter hier drin im Spiel sehr viel angenehmer ist als draußen. Aber fängt er jetzt wieder an zu quatschen? Oh, der kriegt irgendwann so richtig Hau. Oh, jetzt ist mein... Mein Kitschi ist noch nicht verbraucht. Uh. Guck mal, was ich hab. Ja. Gar nicht übel, der Dübel. Ich hätte mir das mal auf der Karte markieren sollen. Es ist nämlich hier, hier, hier. Was soll ich da überhaupt suchen? Hä, 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 hä? Oh. Äh. Nein, sag es mir. Ein Rettich. Ein Rettich. Echt? Ein Rettich. Was soll ich mit ein Rettich? Der ist doch fettig. Oh. Ah, da sind aber noch Geister. Da, nicht. Da hinten. Ah. Was machten die da oben? Das ist aber putzig. Oh. Meine Süßen. Gebt mir eure Ingredienzien. Oh, jetzt ist es wieder der. Oh. Der ist so nervig. Ja, ich habe. Ich habe kein Gehirn. Also, damit mein... Ich... Ich hab wie ihn gesprochen. War dir... Warst du alleine? Nein, du warst nicht alleine. Das war knapp. 35. Geld. Geld. Ich will aber da hinten hin. Ich will was finden. Nein. Da sind nur so eine Typen. Wir müssen da irgendwie hin. Kommen wir hier durch? Hahaha. Da kommen wir... Ah, scheiße. Ah, jetzt kommen wir erstmal hier hin. Da liegt schon was. Man hat's gehört. Da. Was ist das? Fische. Ach, ne Alraune? Das ist der Rettich, der wie ein Mensch aussieht. Die verdrehten Wurzeln sehen fast aus wie Beine und die Blätter erinnern an Haare. Okay. Sag doch ne Alraune. Dann weiß ich, was gemeint ist. Ich kenne mich aus mit Geister-Geschichten, ja. Oh, da gibt's Grüne. So, wir gucken gleich weiter. Wir gucken gleich mal. Wir gucken mal so. Was haben wir denn hier so? Da ist ein Kran. Da gibt's Kohle. Da gibt's noch Geister. Da oben. Da sind die Geister. Ich komme. Ah. Da ist ne Katze. Ja, wir haben so viele Dinge, die wir noch benutzen könnten, die ich nicht benutze. Ich bin... Ah, ignorant. Oh. Oh. Die Stelle erwischt. So. Da fangen wir mal. Ah. Da müssten wir auch noch die Katzen aufsuchen in der Nähe. Um zu schauen. Was gibt's? Äh. Nein. Ach, Mensch, das nervt. Eine Kopfbedeckung für Löwentänze. Ist hier überhaupt eine in der Nähe? Hier ist gar keine. Da ist die Katze. Da müssen wir dann nachher hin. Aber ich mach jetzt hier mal so ne Runde. Genau. Dann können wir hier so hin und da. Und dann können wir zu Katz. Dann werden wir noch mehr finden. Ha, 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 ha. Äh. Was ist das hier? Ah. Ein Rettich. Heiß und fettig. Ich muss sowieso nach oben, würde ich sagen. Da ist so ein Hochzieher. Ach, die guckt. Hallo, junge Frau. Ich nehm's nicht so genau. Abends trinke ich Whisky und morgens mach ich blau. Warte mal. Wo ist denn der? Ach, da. Ja, hief an. Äh, Track an, jung. Und jetzt? Jetzt häng ich hier. Cool. Oh. Da sind ja auch noch welche. Hier kommen wir aber nicht so richtig hoch, ne? Und das mach ich jetzt mit den Jungs da oben. Da muss ich dich da ran, würde ich sagen. Was ist das? Melone? Ah, ich hab noch Melone im Kühlschrank. Cool. Die sind da hinten. Da unten brauch ich nicht. Da, 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 da komm ich so hin. Der ist schon wieder. Der ist schon wieder. Der ist... Steht doch einfach auf. Ich hab's gewusst. Was ist das? Ein Drachen. Ein Spielzeug, das man fliegen lässt. Häufig während des Neujahrsfest. Kann nix nehmen. So. Den Drachen haben wir auch. Das ist wunderschön. Jetzt haben wir praktischerweise... Praktischer... Praktischer... Eine Schnellreise. Tanuki fehlt mir noch einer. Ich mach erstmal die Schnellreise. Dann hab ich da alles. Ein Tanuki fehlt noch. Aber ich kann hier... Nicht beten. Was ist das? Oh! Ah, dieses... Dieses... Diese Steuerung. Achso. Ich hab's doch gesehen am Radar-Ding-Da. Ding-Da. Ich hab's doch eindeutig gesehen. Noch ein Drachen. So, Hölle ist das? Ein Drachen. Ein Spielzeug, das man fliegen lässt. Achso. Ähm. Ah. Es juckt. Es juckt im Gesicht. Das mag ich nicht. Hier ist aber der große Tempel. ne? Wenn ich jetzt... Hier... Ach, ich mach das, was ich vorhatte. Da hin. Da. Hier ist auch noch eine Nebenmission. Die können wir dann auch noch machen. Oh! Ich verzettel mich grad wieder. Aber das kann ich gut. Das ist meine Superkraft. In solchen Spielen mich... vertuten tun. So. Der hier ist das. Aha. Hier war doch irgendwo... ein Fahrstuhl. So. Dann gucken wir mal. Wir sind jetzt hier oben. Wir wollen hier hin. Hier ist der nächste Drachen. Da oben. Ist logisch, dass so ein Drachen oben ist. Hey. Mach dich da rein. Da ist eine Katze. So, der Nebenmission will ich aber gar nicht. Ach, der ist da oben. Das ist schon mal günstig. Dann können wir das mal von oben beräugen. Da hinten müssen wir hin. Oh, hier sind ja auch noch so viele. So viele. So viele! Komme ich da rüber? Na, so nicht. So. Da hinten. Hör doch mal auf, dich immer zu bücken. Herrgott, noch mal eins. Schon wieder. Ich drücke nicht auf die Taste. Ich weiß nicht, warum das so ist. So. Jetzt müssen wir da... Ah, da wäre auch so ein Vogel. Aber ich schaffe das auch so. Was ist das? Da haben wir ihn! Da hinten... Ach, was denn nu? Da hinten sind noch... Da ist noch... So, jetzt haben wir den gefunden. Jetzt ist da unten noch einer. Der nächste Drachen. Wie viele brauche ich denn davon? Die sind da. Da kam ich irgendwie nicht rauf, ne? Hm. Wie kommt man denn da hin? Ach, ich kann ja mal nach meinen Punkten gucken. Ich müsste ja welche haben. 25, nicht 35. Hier kommen wir hier auf 35. Ätherisches Wieben. Ah, vielleicht sollte ich mal beim Wasser was tun. Was brauche ich denn hier? 25 Punkte. Aufgeladener Windangriff. Das Tempo erhöht. Ja, das mache ich mal. Die benutze ich ja jetzt doch öfter. Und die anderen hebe ich auf. Hey, gar nicht schlecht. Ich überlege. Aber auf diese Kräne kommt man nicht so ohne weiteres. Da ist so ein Flattervieh nicht. Kommt man da oben irgendwie rauf? Keine Ahnung. Man muss von ziemlich weit oben. Von da, da kommt man rauf. Aber so weit fliegt man doch nicht, oder? Aber man könnte auf so einen Kran einen Zwischenstopp machen. Wenn man das will. Also da hinten, da ist die Plattform. Zu einem Kran müsste ich hinkommen. So. Huch. So. Jetzt geht's nach oben. Ja, da müsste man wirklich tatsächlich bei den Krananlagen einen Zwischenstopp machen. Oder man kommt da hinten hoch, wenn man weiß wie. Hier haben wir einen Kran. Ich will sie ihn mal an. Oh. Ah, das ist unfair. Ah, das war jetzt ein bisschen blöd. Ja. Jetzt leck mich. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Ich geb schnell auf, ne? Aber heute ist Aufgebtag. Hatte ich das schon? Nur mich war ein Aristarko-Dings da. Ich kann jetzt nicht lesen. Hatte ich schon. Cool. Jetzt muss ich da wieder hin. Oh. So ein schöner Plan. So richtig schön durchdacht und so. Und dann das. Da ist Geld. Da tröste ich mich jetzt mit. Mein Geld. Ach, da sind ja noch Freunde. Habe ich ja ganz übersehen. Freunde, ich komme. Zu euch. Was macht ihr denn hier so ganz allein? Ist doch langweilig. Ach, kann ich nicht mehr. Da sind noch mehr Freunde. Oh, und Töpfe. Ach, ich sollte mal eine Pause machen, ne? Ich bin schon wieder bei 30 Minuten. Ein eindeutiger Beleg, dass es Spaß macht. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumsuchen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.